Einen wunder guten Tag und herzlich Willkommen zur nächsten TTT-Folge, ich fall hier grad. Wow. Aber... Ich bin... Hallo erstmal. Hallo. Ja, ich hatte auch einen sehr schönen Start, ich bin aber wirklich noch auf die letzte Sekunde angekommen, also gerade noch rechtzeitig am Boden. Detective. Innocent. Ja, es tut mir leid, ich hab gar nicht gemerkt, dass du gerade eine Anmoderation machst. Ja, ja, haben wir ja nur dreimal angesagt, aber okay. Ja, ich glaub dreimal reicht. Oh, das ist eine Leiter, ne? Ich komme nicht von der Leiter runter. Hä, was ist das? Ich hab noch keinen gesehen, aber dieser Map, das ist der Hammer, ey. Alter, wie das aussieht, das sieht voll geil aus. Du willst was? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, die ist so riesig! Du kannst ja eigentlich ganz angenehm wie mehr. Ich meine, wir haben eine Waffe bekommen hier irgendwie. Bar? Ja. Bist du innocent? Ich bin Detektiv. Also nicht innocent. Also schon zu innocent. Ich bin hier runter gefahren. Ach, hier ist Blut, okay. Alles gut. Mumpy, nein. Ich möchte, ich möchte was zeigen. Nicht töten, bitte, Mumpy. Ähm, ich glaub, als wenn du bist innocent. Ich hab keinen Grund, euch zu töten. Wieso bist du? Was? Ich hab keinen Grund, euch zu töten und dann ziehst du auf mich. Was? Ich hab keinen Grund, euch zu töten und dann ziehst du auf mich. Alter, ist es. Alter, ist es. Wisse, ey. Jedes Mal. Ich stehe da nur, guck mir, guck mir den Sonnenuntergang an. Der hat mich hier angenehm. Der hat mich angenehm. Ich guck den Sonnenuntergang an. Ja, sicher. Autsch. Tira, ganz ruhig. Autsch. Boah, wie ich diese Leitern hasse. Hm. Beim Runtergehen, ich fall immer runter. Egal, was ich mach. Ja. Ich komm hier. Ich kam grad nicht auf eine Leiter runter. Ich hab gedacht, nun werde ich... Nein. Der stand da nur. Der stand da nur, ich hab nicht auf sie gezielt. Baf, ich wollte dir was zeigen. Ja, doch, Wut. Nein, Skadi, ich will doch was zeigen, dir weg. Ja, das machen wir mal hin. Ich kann dich grad von oben mal suchen. Wo bist du denn? Stell dich mal hin, wo man die vom Schiff rauskommt. Ich bin, ich bin beim Schiff. Ich bin beim... Ja, nicht... Bitte nicht töten jetzt. Aua. Irgendjemand hat mich getötet. Skadi ist von Lenny. Ich bin im Fall, dass ich grad nicht runtergeflogen bin. Aua. Irgendjemand hat mich getötet. Getötet. Nein. Jemand hat mich getötet, weil ich mich vergiftet. Tira hier. Er sagt, dass du vergiftet bist. Oh, jetzt hab ich 3 Schaden gekriegt vom Trippen runterlaufen. Das war definitiv Skadi. Ah, verdammt. Was ist denn das für eine blöde Leiter? Warte kurz, ich will mir nur ganz kurz ne Golden Eagle kaufen. So, oh, hier ist... Oh! Ja? Wo ist das hier? Das ist ne Leiche. Ich muss gucken, ob ich den Weg finde. Ich bin grad mit Tira spazieren. Nur mal so. Ich bin vergiftet. Ich bin gleich tot. Ach so. Ein Traitor. Oh ja, stimmt. Nein, da hinten kann man nämlich sehr schön Sachen angucken. Hat sich ein Traitor selbst umgebracht? Geil aus. Ja, genau. Ich hab halt... Links hat Lucky hat Mumpi gemacht und ich hab Lucky gemacht. Kommst du? Ja, okay. Guck mal, es sieht voll geil aus von mir. Dann ist es Tira. Killtira. Killtira. Es ist Tira. Ich bin das Tira. Ich bin das Tira. Es ist Tira. Ich schwöre es dir. Es ist Tira. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Nein! Ich schwöre es dir. Nein! Ich schwöre es dir. Du schwörst es, wenn du das machst, ne? Bleib ruhig. Ich bin gleich von mir so tot. Ich bin gleich von mir so tot. Dann bleib hier stehen bitte. Ich bin hier. Ich guck hier in die Richtung. Okay. Ich hab nur noch 6 HP. Ich schwöre es dir. Es ist Tira. Vertrau dir. Sei leise. Ich bin tot. Hydra ist es. Im Übrigen. So, Tira ist jetzt tot, weil sie vergiftet wurde. Okay, dann ist es gar nicht. Hä? Ich hab doch Lucky gemacht. Willst du mich verarschen? Ja, warte. Warum hast du Lucky gemacht, wenn du Traitor bist? Nee, ich hab ja nicht Traitor, du Wurst. Ja, okay. Für mich ist es Lucky. Für dich ist es klar, dass du mich als Traitor siehst, aber das ist falsch. Hydra? Ja. Ich bin es nicht. Ich schwöre es dir. Lass mich Skadi machen. Niemand macht hier irgendjemanden. Oh, ist gar nicht da. Hab ihn. Toll. Skadiert. Toll. Das ist schön. Finde ich gut. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Alles safe jetzt. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin bei Hydrax Leichen. Achso. Und wo liegt die? Weil das ein Wasserspender da ist, das Ding. Weil das ein Wasserspender? Nee. Ist so ein Springbrunnen, so ein ganz großer. Ich bin verwirrt, ich komme ja nicht mehr so. Ich meine, ich bin sowieso mehr froh, wenn ich überhaupt einen hier gefunden habe. Nein, das stimmt doch. Mein Gott. Alter. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum zu zielen. Die ist leer, ernsthaft. Ernsthaft? Hat er das nicht getroffen? Nö. Das ist hart. Aber Regenbogen sind schön. Jawoll. Ich sag noch, bei Leitern falle ich immer runter. Ich stand oben am Turm, bin ich in die Leiter reingekommen und bin runtergefallen dann. Hast du bei dem Spiel schon mal aus der Entfernung was getroffen? Ja, es geht. Also... Das ist doch mal urloh. Oh Mann. Ich hasse es. Einmal tatsächlich gehabt, dass ich dann so Just for Fun einfach... Ihr kennt ja Kakariko, ne? Geil. Da gibt es ja hin, dieses kleine Podest, wo man sich drauf stellen kann mit der großen Leiter dran. Und dann bin ich einfach mal hochgegangen, hab Just for Fun mit der Deagle rüber geschossen, wenn jemand den Header verpasst. Das war nicht so gut. Also, es ist rein theoretisch möglich, aber es ist halt dank der Source Engine... Dann hab ich grad schon... Dann hab ich grad schon die Maus-Sensitivität runtergestellt, dann war die Deagle leer. Es... Oh, schau wieder die Tech. Aber Buffy, das was eben sehr witzig war, du hast nicht mitbekommen, dass ich dich versucht hab mit einer Main ganz am Anfang abzuwerfen, ne? Nö. Du hast einfach umgedreht und dann hab ich gedacht, so jawoll. Dann fliegt die Main zu kurz. Nicht die Main, die Lemon. Und du drehst dich einfach wieder um. Oh, ich lauf jetzt mal Skadiant her. Ich glaub, Tira hat gekauft. Ach, weil ihr seid doch alle... Dann töte mich doch. Töte mich doch. Töte mich doch. Wenn du mich... Wenn du mich tötest, bist du sowieso Traitor. Ist so. Ist so. Da steht noch einer rum und macht nix. Ich bin das, bin Detective. Ja, okay. Guck mal, das ist überall falscher Monster. Krieg ich die Golden Degel? Ich hab gar keine Waffe und ich find hier nichts. Ich hab mir grad was anderes gekauft. Ich bin hier grad in so einer Art Waffenlager. Ich brauch ne Waffe, ich hab keine Waffe. Ja, deswegen soll ich dir die geben, weil ich dir ja sofort vertrauen kann. Ja, klar. Mhm. Ich hab gesagt, dass Tira da steht und nix macht. Das ist schön. Tja. Ich hab nicht nichts gemacht. Ja, was hast du da nie gemacht? Ich bin durch die Gegel gelaufen. Ich bin durch die Gegel gelaufen. Aha, okay. Ja, dann ist es. Ich hab meine Nase gekraft. Ich? Schau mal wieder. Dafür musst du stehen bleiben. Ja. Ja, natürlich. Ich komm doch mit der Hand zum Nase kratzen. Wieso, Mumpi? Nur aus Interesse. Nur weil ich es nicht bin. Ich hab die Mütze auf, aber sonst auch nix, weil... Ich hab dich... Ich hab noch keinen gesehen von euch. Da unten wär's das, Fragi. Wer ist das, Fragi? Mumpi? Fragi, da unten ist mein Bart. War zum erstmal immer nötig. Ich glaub hier ist grad irgendwo einer runtergefallen. Wach hier ist schon wieder Dete. Äh... Lucky? Ja, ich hab hier grad irgendwie einen Fehler. Du wärst da runtergesprungen, ey. Mumpi schießt auf mich. Mumpi schießt, ne? Wat? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wat? Ah! Ich hab nicht geschossen. Ähm... Ich lauf hier grad in Zeitlupe. Ich bin hier in so einem ganz engen Gang. Ich hab nicht geschossen. Was ist denn jetzt los? Die Spinnweben spinnen, glaub ich, ein bisschen rum. Ich renne ja nämlich grad wirklich mit Morphgeschwindigkeit rum. Wer denn jetzt noch? Ist Waffi tot? Waffi! 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 Gibt noch jemand? ÄH... Jaa! Es ist so ruhig! Ja! Du siehst nicht durch! Tja! Ja! noch alle Trader. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Leiche gesehen. Ich auch nicht. Also ich bin auf jeden Fall nicht Trader. Ich auch nicht. Aber mal abgesehen davon nicht, glaubt ihr das jetzt auch nicht. Doch, das kannst du mir richtig glauben. Willst du mir auch nicht glauben, ne? Ne, ich glaub's dir auch nicht. Weil ihr beiden seid gerade die einzigen, die redet. Und wenn kein Traitor mehr, wenn kein Traitor tot ist, seid ihr beide Traitor. Ganz einfach. Oder ihr macht halt gerade das Meer, ich weiß nicht, wer tot ist und wer davon innocent war. Ich habe keine Leiche gesehen. Ich sehe halt den Muppe hier die ganze Zeit rumlaufen, aber ansonsten niemanden. Bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ja, das ist auch gut so. Ich war gerade fast von der Insel gelaufen. Naja, ich habe ja Zeit. Also so ist es ja nicht. Wo seid ihr denn? Es müssten noch eine Minute 50 sein, wenn... Ich habe noch... Ne, ich habe doch keinen gesehen. Ich habe Buff gesehen irgendwann mal, aber jetzt habe ich meinen Antrag getroffen die ganze Runde. Ach, das ist ja langweilig. Also 1,50 drauf. Offiziell sind... Ja, doch drei. Naja, wie gesagt, ich habe Zeit. Wir wissen ja nicht, wie viele davon noch tot. Alter. Muppe. Maaah. Warum schießt du denn direkt auf mich? Ja, also hat doch Muni mich getötet. Ja. Ich dachte, der Hydri war da auch oben stand. Ich renne... Das ist wirklich scheiße. Ich habe mich da unendlich rausgetraut, weil ich renne ja wirklich mit... Was sieht sie dann im Video? Ich renne ja wirklich rum wie... Was ist denn für eine Stange gewesen? Bitte was? Das war ein langes Ding. Oh. Muss meins gewesen sein. Ja klar. Nein, wirklich? Also versucht bei... Versucht möglichst nicht in die Spinnennetze zu rennen. Mann, ich will mal Traitor sein in die... Das gibt's in die Hebel hier oben. Hydri, was hast du denn eingestellt? Lucky? Was denn? Ich habe eine Crowbar in der Hand. Ich kann nix. Wenn ich jetzt so bin, äh, Tira ist bei mir. Was machen die Hebel hier oben? Ja, geh weg. Du kannst kaufen. Ich kann überhaupt nicht kaufen. Was willst du eigentlich von mir? Ja, und so wie du da standst, hast du ja bestimmt nicht gekauft. Geh weg. Ich habe auch nicht gekauft. Ich habe wirklich nicht gekauft. Wieso glaubt mir keiner? Wieso bin ich immer das Arme... Lämmchen? Lämmchen. Aber ich glaube, ich habe die Leitern jetzt kapiert, wie die funktionieren. Wann, das ist gar nicht schon tot, oder was? Äh, weiß ich nicht. Sorry, ich hatte mein Mikrofon jetzt noch runter. Ach so. Hydri? Ja. Hallo? Gut. Ich lebe noch. Hallo? Ich glaube, Tira ist es. Hallo? Ja. Kann mir einer sagen, was wir da unten gelobt machen? Nichts. Das sind einfach nur Kanonen. Bist du verspricht mir das zuerst? Echt? Wow. Guck mal, ich schau dir ins Gesicht. Nein, du haust mir nicht. Geh weg. Ich hab dich schau dir ins Gesicht. So, du hast dasselbe. Ach nee. Dann geh doch. Nee. Ich will ja eigentlich hier bleiben, aber ich schaue. Damals. Sieh mal, wo man noch dieser Kack mit Waffen findet. Ich finde immer noch Waffen. Ja. Feierabend. Ja, ich hab Waffen gefunden. Boah, was ist das? Wer ist das? Ja, hier ruckelt die Map voll. Eiffel. Eiffel. Ach so, ich geh jetzt raus in die Welt. Ich bin jetzt tot. Äh. Iiii. 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 Was ist das denn für eine Gegend hier? Oh Gott, was ist das denn für eine Gegend hier? Ja, ich frag mich auch grad, was das hier für eine Gegend ist. Ich bin hier irgendwie grad so ein bisschen... Sondern? Wo seid ihr? Ja, ich bin weggelaufen. Ja, ich bin weggelaufen. Nee, ich dachte, du, weil du nichts mehr gesagt hast. Ich hab mir schon so übermacht. Oh. Ich bin hier gleich tot. Bereit dich drauf vor. Humpi? Humpi? Major? Ähm. Major is it. Hey, ihr Wunsch. Major is it. Skadiar? Skadiar? Hydra is it. Oh, Alter. Nein, warum bin ich es? Lucky? Muss doch irgendeiner sein, oder? Lucky? Ja, Skadiar war Traitor. Wo bist du? Wo liegen die Leichen? Weiß ich nicht. In irgendeinem Haus. Keine Ahnung. Ich kenn die Map doch nicht, Mann. Ich freu ihn nicht. Nein, wirklich. Ich hab... Man hat's doch grad... Man hat's doch grad gesehen. Was willst du eigentlich? Nein. Ich seh keinen mehr. Ich weiß nicht, wo ihr alle... Wieso sind alle gegen mich? Ist voll asozial von euch. Wirklich. Wirklich. Finde ich nicht cool. Fick dich! Oh, das klingt... Das klingt schon wieder so, als ob ich Traitor wäre. Was war das? Buff? Was? Buff? Oh Mann, diese... Nein, Jen! Ich glaub, irgendjemand hat gekillt und das hat jetzt sehr wilden Tummel. Äh... Das sagt der... Also Buff, das sagt man doch nicht. Oh nein, oh nein, ich bin schon wieder hier. Nein! Also ich glaub immer noch, dass Tiras ist. Runter. Runter. Wo ist Tiras? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das wüsste ich jetzt gern, wo die ist. Das sag ich dir doch nicht. Du bist doch... Ihr seid... Ihr seid... Ihr beide seid... Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ja klar, wir beide sind's, wenn einer schon tot ist. Nein! Ein Traitor ist zwischen Bruder. Ich kann... Ich... Ich kann auch sagen... Außerdem... Wieso sollte ich Skadiar töten, wenn ich Traitor bin? Ich bin nicht so asozial wie er, dass er seinen Kollegen... Dass ich meinen Kollegen irgendwie erschieße. Ja, klar. Oh, das gibt noch Haul von ihm. Ah, Alter. Ich bin grad... Okay. Ich bin grad durch ein Glas durch... Ge... Bugt. Auch nicht schlecht. Alter, wo bin ich? Achso, hier. Ich weiß es nicht. Äh... Ja, das wär gut zu wissen, wo du bist. Sag doch mal. Beschreib's doch. Achso. Also ich bin da, wo du nicht bist. Wer lebt denn jetzt eigentlich alles noch? Bloß noch du, oder? Jetzt werde ich nämlich tot. Hydra? Naja, wo bist du denn? Fuck. Tja... Sch... Du was ist Hydra? Du voll. Wer... Wer hat mich jetzt weggepokt? Wer hat dich weggepokt? Dann hat's ja ge... Dann hat... Dann nehme ich das nicht zurück. Du bist so gar geflogen. Und ich war ja noch am Leben. Ich dachte mir, Moment, irgendwas musst du noch sagen. Und naja... Ich wusste nicht, von wem das kam. Ey, wo spawn ich denn? Direkt am Abgrund! Ja, das ist ein Zeichen. Ja, ich wollt's grad sagen, ja. Kann ich bitte einmal innocent sein? Boah, ich möchte jetzt bitte kein... Ich möchte kein innocent mehr sein. Kann ich bitte einmal nicht töten sein? Was? War es sechsmal in Folge Traitor? Ja, ich mein sechsmal in Folge Traitor, das ist einfach... Wow. Ja, endlich innocent! Ja, endlich innocent! Ach, Gott sei... Äh, den... Den Ass... Ich bin immer noch innocent. Ich bin immer noch innocent. Also... Ich find das gut. Du kannst mich gerne abschießen, weil einfach gar nicht war eine Runde wegen zwei innocenten. Wer zahlreiche Sterbe-Animationen sehen will, da schaut bitte auf meinem Channel vorbei, das... Das war spannend. Boah, ich wollte hier auch noch Werbung machen. Eigenwerbung! Ja, ich glaub, ich bin auch jede Runde gestorben, Buzz. Ja, das stimmt. Ja, aber ich als erstes bin nie Traitor. Wie ist das denn mit dem DNA-Scanner? Kann man den nur einmal verwenden oder... unbegrenzt? Nee, du kannst... Ich find keine Waffen! Wenn jemand gestorben ist, kannst du den DNA-Scanner auf die Nighter anwenden und dann siehst... Dann kriegst du halt ein Radar nur für den Traitor, aber du weißt halt nicht, wer es ist. Okay. Du kriegst halt alle drei Sekunden, wer das gewesen ist. Also, wo der sich gerade aufhält, aber du weißt nicht... Hallo Hydra. Was? Wieso schmeißt du mir ne Shotgun? Ja, weil du ne bessere Waffe brauchst, weil du da... Ach, danke. Jetzt erschießt du mich mit ner Baby-Groß. Genau. Das ist... So nett ist denn... Stimmt! Jetzt, jetzt müsste ich dir ja eigentlich hier so mit der Golden Eagle und so, ne? Ja, so läuft... Hast du bei mir auch immer gemacht, ja. Das hat er bei mir auch gesagt, der war ein Traitor. Gib ihm die nicht. Wo, Alter? Wie komm, wisst ihr denn? Wird Buffy jetzt immer noch mit der Golden Eagle aufgezogen? Hydra? Wieso... Der verfolgt mich. Wieso? Ja, natürlich will ich beim Detektiv-Bahn. Ja, willst du mich erschießen? Jetzt gleich eiskalt hinterrücks. Wer hat da die Incidary gelegt? Hä? Nein! Hydra! Geh weg! Hydra! Hast du die Incidary da gelegt? Ja, ich hab sie da hingelegt. Nein! Oh Gott, ich wär fast... Lucky? Ja. Holy shit. Ich, äh, lebe noch. Wie man sich mal um mich sorgt, das ist schön. Halleluja, ey. Äh, wieso sind hier Blutspuren? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, schon geil. Bis du denn? Ja, ist egal, erzähl doch mal, wer war's denn. Das kann ich dir leider dieses Mal nicht sagen. Was? Der, der immer Traitor ist. Was? Ja, das wäre... Alter! Schon wieder, der? Nee. Schon wieder? Bav? Bav? Nein! Was? Bav tot? Warum immer Bav? Ja, nein. Oh nein. Ich hab niemanden erschossen! Ich hab gerade die ersten Kasse gekriegt! Oh nein. Du, mein, das muss immer aufnachen! Wo ist überhaupt? Belebt überhaupt? Nein! 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 Wer lebt denn jetzt noch? Ich lebe noch! Ach gut, wie ist die Skadi, ist da ganz oben am Turm. Ja. Aha. Ich halte mal ein bisschen Ausstau. Mhm. Ich werd angeschaut! What? Der schießt auch weg. Was? Äh, konfirmst du bitte, Monkey? Der liegt dort hinten, ich hab ihn gekillt. Oder ne, lass es. Und dann nicht doch. Wo bist du denn? Ach, da oben. Du bist es doch auch. Ja, du bist es. Wie mir der Mörder will das mal einmal ins Gesicht gucken könnte. Wäre geil. Welche noch wollen wir als nächstes nehmen? Puh. Ähm, vielleicht Riverside? Keine Ahnung, die kenn ich noch nicht. Machen wir das doch einfach mal. Ja. Sehr gut. Und dann abmoderieren. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hat mir das Spaß gemacht zu sterben. Bis zur nächsten Runde. Ciao. Ciao. Es tut mir leid, Baff. Übrigens. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020